Boom! Haha! Pew pew! Bingo! Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot! Struppi kommt in eure Richtung, in der Arrow! Komm anziehen! Oh! Ganz viele Raketen an mir dran! Okay, ich muss einmal rausfliegen, ich bin komplett rot, ob ich lebe! Starjus, du hast Bierbauch an dir! Ich versuche sie abzuschießen! Ah, wir sind gerade die Aktion noch in den Knochen, was gerade war! Ne, ich hab den Kuchen abschießt! Achso, du schießt die Raketen ab! Ich schieße die Raketen ab hier! Ich bin Minion! Abend! 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 Habt ihr noch Platz im Trupp? Wir sind schon auf dem Server! Aber die Aktion gerade mit der Caterpillar, mit den Torpedos und sowas, das war gerade so geil! Das wird cool auf YouTube aussehen! Homer, hast du da was bei dir? Ja, Bobby ist an mir dran! Ich komme hinzu! Komakeule! Komakeule! Karsten hinter uns! Komakeule! Der fliegt von flach! Ne, ne, das ist Felix! Nicht auf Felix schießen! Gospo kommt rein! Ja, ich sehe es gerade! Guck mal, du musst dringend Richtung wechseln! Krieg böse auf die Fresse! Komma down! Über uns! Da ist noch einer! Gaspo! Starter ist auch da! Guck mal, hast du Bock auf einen Versuch über den Boden? Auf jeden Fall! Ich bräuchte ne Railgun! Ich bräuchte ne Railgun! Ich bräuchte ne Railgun! Ich bräuchte ne Railgun! Auch nicht! Hast du überhaupt irgendwas? Nö! Sehr gut! Ich hab ne Pisces! Hangar 4! In der DA2 ein bisschen decken! Wo sich was abschmissen kann! Ja, ich... Oh, oh, oh! Ach du Scheiße! Ich... Meine Schilde sind da! Komma! Wir springen gleich raus! Und ich bin tot! Na? Ja! Ja! Guck, ey! Ja, Ronin hat uns schon im Target! Der hat uns schon gesehen! Ja! Ab geht's! Draußen! Ja! Fliege ich mit Volldampf durch und hoffe, dass ich eine rauskriege! Achso! Hast du die Railgun mitgenommen, Rabatzel? Wo ist sie? Wo ist sie? Beim Richtung Sonne laufen gehen! Jawohl! Richtung Sonne! Alter, was fliegt denn da an? Das heißt... Haha! Ich flieg gerade die ganzen Condens-Streifen! Geil aus! Der Pwnister kriegt aufs Fressbrett! Aber richtig! Du hast drei Ledders... Vier Ledders hinter dir! Ledders sind besonders gefährlich! Irgendwer hat gerade Skywolf in ner Arrow Instant gekillt! Alles klar! Ach, da hast du n eins! Perfekt! Ja, wie viel brauchst du? Haha! 28 habe ich noch bei! Ich bin Talon Psycho! A2 Knopflos! Sicher! Ja, der ist auch Angreifer! Der kracht am Stream da die ganze Zeit mit irgendwelchen dicken Kutten einfach voll raus! Oh, die eine Leiter heißt Synax! Ich hab ne Leiter wieder! Ach, scheiße! Ne leitende Funktion! Über mir ist ne Leiter, taucht mit auch ne Leiter! Ja, 4 hat auch ne Leiter! Oh, da vorne wo die Leiter runterkommt, ich glaub da muss man hin! Mhm! Aber ihr seid grad gut präsent hier im Luftraum, das ist richtig nice! Ja, aus Bordstress, kann ich nicht mit meinem Erd dran! Hab ich das gewusst, wären wir noch 3 Kilometer weiter geflogen! 4, zu dir kommt ne Leiter geflogen! Oh ja! Und 16 Raketen! Ja, die Leiter bleibt an dir dran, 4! Genau unter der, ähm, unter der Wolke ist er, Koma! Da fliegt jetzt hier 2! Ja, hab ich auch grad gesehen! Da vorne, der große Stein, da verstecken wir uns Keule! Ich hab' Geld Spielbauch! Nein! Du hast 3 Leitern, 4 Leitern an dir dran! Ich hab' den Bogen geküsst, leider! Ich hab's nicht mehr ganz geschafft, nein! Wenn ihr das gleich richtig anstellt, dann könnt ihr die wegnetzen mit der Railgun! Weißt du, wie viele Hits man braucht? 4 Railgun-Hitsposter für eine Ballista! Der Scorpius über uns hat uns nicht gesehen! Na, dann verpassen wir uns lieber schnell! Naja! Da hat grad irgendjemand in Richtung Boden geschossen, kann aber Zufall gewesen sein! Wir vertrauen auf den Zufall und Rennen! Wie weit hat der gelaufen, wie viele Kilometer? Ich hab' keine Ahnung, mein Daumen tut weh und kann die ganze Zeit auf W halten! Alter Mann! Wir haben eine Leather relativ flach über uns! Ich würd' sagen, 7 Klicks oder so werden's gewesen sein! Aber wir sind da! Ah, wir sind doch noch nicht da! Ne! Ich seh' hier nur Trümmerteile rumliegen! Weil der Sandsturm kommt uns entgegen! Hmhm! Jetzt verflure ich den immer! Kriegste gleich wieder Panik, wenn dieser Scorpius-Schatten über dich drüber rauscht! Hmhm, ich hab auch erst mal richtig umgedreht! Aber die sind da hinten, die behacken sich hier gut gerade! Okay, ich hab'n C2-Wrack hier! Hmhm! Lass' mir mal erst mal... Das macht noch Geräusche! Ich hab'n Überblick verschafft! Hier steht ein Panzer direkt neben mir! Kannst du den nutzen? Ich hab' Angst, dass er auf mich schießt, wenn ich zu einer rangehe! So, der ist besetzt! Weiß man nicht, aber riskier's nicht! Die Railgun ist gut genug! Das ist deren Transport, C2! Hier steht noch ein Panzer direkt unter der C2! Hä, guck mal, ob du da reinkommst! Soll ich da mal anklopfen? Wahrscheinlich müsstest du mit denen in der Party sein, damit du den nutzen darfst, oder? So, sieh'n Axe, dass wir da anziehen! Nimm ich den Boden in die Kiste! Nein, die setzt mich rein! Ist das nicht gut? Ich hab' die Railgun noch in der Hand! Nee, die liegt auf dem Boden! Vor allen Dingen sehen die dann deinen Namen, das ist nicht so gut! Also wenn die dich jetzt anvisieren, dann wissen die, dass du da bist! Okay, ich steig' gleich wieder aus! Okay, wir müssen noch einen Canyon weiter! Wir können mal darauf achten, ob ihr seht, welche gerade schießt! Weil die sch... Okay, die schießen alle an! Gage in die Talon! Aber ja, ihr seht die ja schon da auf der anderen Seite! Keul, siehst du ihn ganz rechts? Ich mach' mal Stream an, der ist genau da, wo mein Todesmarker ist! Ah, ich sterbe gleich! Wenn du reinkommst neben der... Wenn du von oben kommst, ist der links neben, auf diesem Kamm! Da oben drauf ist der... Ich glaub' ich hab' ihn... Oh, Hilfe! Ich hab' hier Talon und zwei Ghosts gefunden! Da unten, das... das müsste er sein! Hier in dem... auf dem Kamm ist er! Mit Travis Boston! Guck mal, ich zieh' die grad'n bisschen raus! Ich seh' ne Zenturion links von mir! Eine rechts von mir, ne... Oh, da ist... Direkt daneben! Du hast sie! Da, wo du jetzt bist, Robatzel! Ja, das ist sie! Ich nehm' mir die andere! Sehr gut! Ich steig' da ein und rutsch' dann raus! Der hat noch gar nix gemerkt! Der Streamfahrzeug hat... Achso, der sitzt ja auch in seinem Kopf! Genau! Vielleicht versuch' ich jetzt mal... Ach, ich kann die Tür nicht aufmachen, ne? Heine! Relativ langsam, was fliegt Pony? Oh, hier ist irgendwas, ja! Da oben! Ist Pony in der A2? Hier ist kein A2, der ist schon wieder weg! Vom Radar verschwunden! Da kommt Bomben! Da kommt was! The Rockets waren was! Centurion wurde zerstört! Wo, glaub' ich? Centurion wurde es welche! Lucas! Lucas! Ja! What? Was hat euch erwischt? Synax, Synax über mir! Ah, da ist was! Da schießt was Torpedos oder Bomben! Da fällt was! Synax über uns! Guck, ob da noch mehr sind und äh... Hier bei mir! Das war er nicht? Jetzt muss er fassen! Direkt vor uns! Abatzelt hier bei mir! Direkt, ich stehe direkt neben einer! Das ist klar, ich komme! War gerade jemand zu Fuß? Jemand bei der Centurion, wo wir gestanden sind? Negativ, warum? Weil dann ist dort jemand! Zu Fuß unterwegs! Okay, okay, ja! Check! Ich gib weiter! Wieso, wurdet ihr mit der Railgun zerlegt oder so? Nein, aber nachher... Wir wissen wir noch nicht ganz! Aber sagt mir bitte Bescheid, dass ich vorher wegkomme! Aber der Turm hat sich bewegt! Ja, das liegt nun auch im Korrektorenstanzziel! Die 1! Schließend! Bewegt sich bei dem auch der Turm heute? Ja! Der Turm bewegt sich, aber nur einer! Hier ist eine F8, ach du Scheiße! Die haben dich glaube ich gespottet, haben sie gerade gesagt! Ja! Die ist auch auf dich ausgerichtet! Deine ist die falsche! Fuck! Ja, aber nachher habe ich äh... Jemanden dort schrittweise herumbacken gesehen mit einer Waffe! Und das war keiner von uns! Weil wir... Unsere zwei Leichen sind da am Boden gelegen! Toll, da läuft einer! Conny, ihr habt 3 oder so hinter euch, ne? Na ja, wir sind platt, wir sind tot! Jo, ich werde direkt beschossen! Ich bin aus meiner Zenturienhaus, wurde direkt beschossen! Bodenkontakt! Bodenkontakt, Jungs! Auf der anderen Seite! Wir müssen hier rüber den Canyon! Auf der anderen Seite! Wir müssen versuchen mit Vollgas nach runter zu kommen, um zu rammen, aber... Jo! Ab ihn da unten! Die wissen jetzt, dass Bodenziele da sind! Ja! Und die Zenturion ist grau übrigens! Ja, ich war mir so sicher, dass sie es war! Scheiße, Pony hat recht! Ich war genau auf der falschen Seite! Die Zenturion so platzieren, dass wir rüberschießen können! Ich hab kein Panzer mehr! Ich kann so nicht rüberschießen! Tut mir leu aus! Lou ist beim Panzer, ne? Wir sind schon in der Position! Komm ich tief genug! Was Gute ist, ich hab jetzt auch ne Railgun! Ha! Nice! Sehr schön! Also es ist genau diagonal gegenüber, Koma! Das ist hoch! Ich sehe ihn nicht! Ich sehe ihn nicht! Die Karre will nicht! Die Karre will nicht! Pony! Der Skopius! Der Skopius! Oh! Ich krieg jetzt! Gehen weiter nicht! Ich werde von zwei Leuten gepusht! An der Starfarer! An der Starfarer! An der Starfarer! Unter der Starfarer einer! Ich sehe keinen Kontakt! Wir schießen unter die Starfarer provisorisch! Die schießen auf mich! Die schießen auf mich! Unter der Starfarer einer direkt! Ja! Ich sehe ihn! Hinten! Hinten am Arsch der Starfarer! Hinten am Arsch Toro! Am Arsch der Starfarer war jemand! Super du ja! Am Arsch der Starfarer! Ja! Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht! Ich sehe ihn nicht! Ich sehe ihn nicht! Warte! Wo bist du? Vorne leider im Schiffswrack! Ich bin schon irgendetwas! Das ist... Boden-Kontakt oder Luft-Kontakt? Äh! Nein! Sie! Direkt auf uns zu! Alter! Oh Gott! Was macht die da?! Hinter uns? Hinter uns... Wo ist hinter uns... Ach da, ach das... Die ist schon... Die hat sich schon erledigt! Polilu! Wie sieht's aus bei dir? Beim Schiffswrack? Gegenüber von der Slower Faro ist. Alles pass. Was, hat die Hand nicht gerufen? Ich war instant tot. Ein Boden kann bei Frauen auf jeden Fall. Minus. Ein Minus, ich habe weg gesniped. Sehr nice, Leo. Sehr gut gemacht. Also jetzt hat mit der Bodentruppe ein bisschen zu tun, das finde ich sehr gut. Hat irgendjemand die Möglichkeit mich zu rissen? Ja, ich komme zu dir. Ja, Leo, komm zu dir. Okay. Aber wenn du dich versteckst, vielleicht denken sie, sie haben mich jetzt und dann hast du noch eine Chance. Bierbach Splash. Oh fuck, wir waren... Nein, habt ihr ja bekommen. War doch ein guter Ansatz, ärger dich. Ja. Zweiter, zweiter Kontakt, zweiter Kontakt. Äh, drei Ars. Pack die mal auf die Seite von Lou und Bad Toro. Lou, ist das zweiter Bodenkontakt? Ja, ja, direkt vor mir, direkt vor mir. Ich sehe ihn nicht. Vorsicht, nicht dahin, schießen das Lou. Ich schieße nicht dahin, wo Lou ist. Das ist direkt an der Stafford. Das ist direkt an der Stafford. Direkt zwischen mir und der Stafford. Ja. Das denn? Also Keule, wenn du dahin läufst... Oh, ich wurde gespottet, glaube ich. Rechts von dem Wrack ist... Genau, da kommt er. Ich glaube, ich wurde gespottet. Da ist er. Er hat gerade sehr flach über mich rüber geflogen. Was? Nee, rechts von dir ist ein FPS-Typ. Der schießt gleich auf dich. Und so, nicht schießen im Turm, Peter, vorhin. Nein. Rechts von mir ist ein FPS-Typ. Probier's noch mal mit'n Bomber. Ja. Oh, nicht bei nem Krankenhaus. Ah, ich krieg Feuerlein. Fuck. Boah. Boah. Down. Oh. Da kommen wir leider nicht hin, oder? Hinter Lou ist auch noch einer. Ja, genau der da. Genau da. Genau da. Und Kontakt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr geil. Gut, alles klar. Ja. So läuft das, Chat. So lieben wir das. Danke für den Angriff. Ich glaube, Lou hat gerade ein bisschen Herz, Caspar. Ja, alles super. Genau dafür haben wir Toro und Lou. Das sind unsere Boden-Experten. Toro, ich komm' vor dir. Ja. Mega nice. Max, wollen wir mal auf die andere Seite fahren? Piu, Piu. Bingo.